Kicken für den guten Zweck? In Hanau findet am 16. Juli erstmals der sogenannte Kick für Kinder statt. Bei dem Benefizfußballspiel im Herbert-Dröse-Stadion treten ehemalige und aktuelle Formel-1-Fahrer und Fußballprofis gegen Promis aus Film und Fernsehen an. Für Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski eine sehr gute Sache. Das ist in unserem Jahreskalender ein tolles Ereignis und dass dann der Erlös dieses Spiels auch für einen guten Zweck, nämlich für unser Behindertenwerk in Main-Kinzig-Kreis, speziell für die Inklusionsschule Sophie Scholl in unserer Stadt zur Verfügung gestellt wird, das macht das Ereignis rund. Also wir freuen uns in Hanau auf dieses Ereignis. Die Sophie-Scholl-Schule ist eine Schule für gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung. In den vergangenen fünf Jahren konnten bereits etwa 150.000 Euro erspielt werden. Mit Michael Schumacher wird einer der wichtigsten Stammspieler der Nationale Piloti leider nicht dabei sein. Wir wissen, dass es ihm immer ein großes Anliegen war. Er hat dieses Spiel mit initiiert, hat mit gefördert, hat ihn mit dann gemacht. Und wir haben jetzt sehr früh gesagt, bevor irgendwelche falschen Signale auf den Markt kommen, wir werden früh mitteilen, dass wir das Spiel durchführen. Gerade auch in seinem Sinne hoffen, ich glaube, das ist auch in seinem Sinne, wenn wir das durchführen, eben, dass solche Sachen nicht einschlafen oder auf irgendwelche Pausen gelegt werden und dadurch vielleicht in der Zukunft viel, viel schwerer wieder zu initiieren sind. Der Vorverkauf für das Spiel startet am 10. Februar.